Ja, hallo, wir sind die Kathrin und die Simone von der Rockterrene aus Trier. Wir sind heute in Stuttgart bei dem Radiosender Big FM. Ja, und wir haben halt ein bisschen was vorbereitet. Wir werden heute Tomatenbutter machen. Lecker, Saudi. Ja, mit frischem Baguette, frischem Basilikum und Limetten, Salz, Pfeffer, Butter und Tomatenmark. Dann freuen wir uns, die Show mit euch zu machen. Super. Ja, guten Appetit.